ja hallo zusammen mein name ist philipp ich bin customer success manager bei comics betreue da ein team im team lead und genau bin es relativ frisch dabei und freue mich gemeinsam mit dem team durchzustarten ja als team lead habe ich angefangen märz 2023 habt ein kleines team von 45 personen und bin einfach er erster ansprechpartner bei allen fragen rund um kunden rund um interne themen bin der so quasi so das bindeglied zum management und versuche einfach mein team so gut wie es geht zu unterstützen so dass wir gemeinsam erfolg haben und gemeinsam ein erfolgreiches arbeitsleben führen kann comics ist einfach ein junges dynamisches team die gespräche mit mit chris alex und so weiter im bewahrungsprozess haben mir echt gut gefallen hat gemerkt da ist ein positiver drive da jeder möchte was erreichen jeder will was machen keiner macht dienst nach vorschrift es gibt genügend platz um seine eigenen ideen einzubringen man kann einfach ja was entwickeln auch so ein bisschen seine eigenen ideen quasi umsetzen und man ist einfach auch keine nummer das heißt man ist wichtig man kann man kann sich einfach persönlich weiterentwickeln und das hat mich überzeugt im endeffekt in die start-up szene zu wechseln und für comics zu arbeiten wie eben schon gesagt hier die diese junge dynamische teams bild den wir hier haben trotzdem haben alle erfahrungen jeder hat ideen jeder bringt die ideen ein es ist ein offener austausch da wir haben gemeinsam spaß sei es remote oder auch vor ort wenn wir uns zu teams events treffen und dementsprechend finde ich einfach das kollegiale gemeinsam mit dieser vision der führende anbieter zu werden in unserem bereich einfach sehr sehr spannend und gefällt mir ist ein cooler spirit in meiner freizeit spiele ich aktiv fußball seit meiner kindheit bin ich da aktiv sind es mittlerweile über 25 jahre und in den anderen tagen gehe ich gerne ins fitnessstudio oder treffe mich einfach mit freunden mal auf ein feierabend bier oder gehe auch am wochenende gerne mal feiern und reisen so das übliche was man so macht als junger man wir haben ständig workshops wo wir uns weiterentwickeln können wir haben zugriff auf trainer auf coaches die uns einfach individuell trainieren auf unsere bedürfnisse eingehen unsere stärken und schwächen analysieren so dass wir einfach wissen woran wir arbeiten können aber auch im team haben wir einfach unterstützung das heißt wir stellen uns oft ganz oft in kurs und sagen ja noch hey was war gut was war nicht so gut so dass man sich einfach stetig weiterentwickelt und nicht stehen bleibt ja mein remote setup ist eigentlich relativ einfach gehalten ich habe einen höhenverstellbaren schreibtisch ich habe einen relativ großen mac bildschirm ich habe ein macbook mouse tastatur ja so dass ich im endeffekt in ruhe arbeiten kann logischerweise gehören vernünftiges headset und eine kamera mit dazu und ja damit lässt sich eigentlich ganz gut arbeiten ein new york ist im endeffekt so ein bisschen die bedeutung von überall arbeiten zu können auch mal vielleicht im urlaub zu sein zwei drei tage vor dem urlaub schon vom urlaubsort zu arbeiten aber new york bedeutet vor allem auch flexibel sein zu können wenn halb freitag mittags um 14 35 grad hat dann gehe ich halt an see und hole die zeit vielleicht einfach mal einem anderen abend nach wenn es regnerisch ist wichtig ist für mich einfach immer dass die ergebnisse stimmen und da ist es gar nicht so wichtig wenn die ergebnisse oder die leistung erbracht wird sondern dass man einfach der erfolg da ist und ob das der task in zwei stunden abgearbeitet wird oder 30 minuten ist mir dann im endeffekt egal das ist aber andreas was ist jetzt ja das war es beziehungsweise noch eine sache das auto fehlt naja ok wenn dir dieses video gefallen hat dann abonniere unseren kanal und drück die glocke so dass du kein video mehr in der zukunft verpasst wenn du irgendwelche fragen hast dann sende uns die direkt in einem kommentar unter diesem video hast du das mag ja ok cool